hallo und ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal zu no one survived so seid gegrüßt ja dann wollen wir mal eben los gucken auf ein paar sachen finden die wir die wir dem händler geben können zum eintauschen noch dann skillen wir eine kleine runde ganz gemütlich heute hoffe ich zumindest ja ich bin gespannt ich habe diesen rechner mal rauf und runter also einmal komplett ausgemacht mal runtergefahren wieder raufgefahren und ich bin gespannt ob hier noch ob jetzt zombies kommen oder eine tankstelle tankstelle da werden wir jetzt nicht so viel finden hier unten runterfahren dahin ist aber auch nicht so viel meine ich können da oben ein fahren oder wobei an der tankstelle könnte man glück haben darf man vielleicht ein paar rucksäcke im auto finden warum man da hier aber zombies sind hier wenigstens wenn jetzt auch nicht irgendwie mehr sind aber ups daneben bleibt die liegen ja so schauen wir mal eben hier rein mal gucken vielleicht haben wir also geht doch geht doch geht doch doch warum nicht gleich so dann kann man auch sprit mitnehmen alles mit alles mit na komm schon Da ist nix mehr. Da ist auch nix mehr. So, vielleicht noch ein Rucksäckchen. Na gut, ein paar Waffen. Die können wir noch reinpacken. Guck mal da rein. Die andere nehmen wir aber auch noch mit diesmal. So. Ein Höschen. Gut, dann packe ich den Rucksack mal eben rum. Nehme mir den neuen rein. Den raus. Den neuen rein. Dann packe ich den mal eben nach hier. Dann lege ich den Rucksack mal eben an. Holen wir mal eben Sprit. Ich hoffe, hier waren wir noch nicht. Aber ich glaube, an der waren wir nicht. 41 Liter. Ich tanke mal eben. Können wir den eben voll machen hier. So. Auch wenn er qualmt. Na gut, dann haben wir wenigstens erst schon mal ein paar Rucksäcke. Kriegen den? Ah, perfekt. Perfekt. Dann holen wir uns noch die Knarre ab, da hinten. Ne, in dem war die. In dem. So, nehmen wir auch mit. Dann können wir uns da noch an dem Kofferraum gütlich tun. Ähm. Ähm. Nein. Nein. Ein klares Nein. So, dann schubse ich die mal eben da rein. Dann ist der Rucksack wieder leer. Dann fahren wir weiter. So, wo wollte ich denn hin? Links hoch, ne? Juhuut. Ah, genau da rum. Genau da rum. So, die schauen wir auch mal eben durch. Na komm, ein Rucksack. Schalldämpfer. Okay. Okay. So, jetzt müssten wir doch gleich. Einmal, einmal noch drumherum. Dann haben wir den Händler hier oben auch. Und dann ist das perfekt. Jetzt müssen wir nur noch looten, damit wir Sachen eintauschen können zum Skillen. Und dann hätten wir das doch erledigt. Komm, den machen wir auch noch leer, oder? Schwupp. Na also. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Jetzt läuft's doch mal. Hm, 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 hm. So. Ne. Das mach ich nicht. Dann schreibe ich wieder hinten ein. So. Jetzt haben wir eine Serie. Jetzt kam auch gerade ein Update. Und ich hab ein Flakon im Bild. Ähm. Irgendwie habe ich gelesen mit Reparaturwerkbänken. Oder man kann an der Werkbank jetzt reparieren. Ich hab's nur kurz überflogen. Komm, die nehmen wir auch mal mit. Dann gucken wir mal da oben rein. Da könnten wir Glück haben, dass wir was für ein Interessantes für den Händler finden, oder? Na? Oh. 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 Hey. Echt jetzt? Oh. Hey. Hör auf mit dem Kack. Habt ihr mein Auto jetzt ganz kaputt gemacht? Freunde, dann krieg ich aber Flüge. Noch 22 Gehalt. Oh, oh. Da werde ich ja narrisch bei. Fast kaputt, die Gäste. Und kein Messer mehr. Ey, komm. Der war mitten in den Bau. Weißt du, du fettest... Der gibt's doch nicht. Schieß da mal. Es geht da wieder los. Schießt der wieder nicht. Oh, da kommen immer mehr. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Zombies. Jetzt haben wir wieder Zombies. Du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Also komisch. Komisch, 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 komisch. Oh. 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 Oh, Rucksäcke. Rucksäcke, Rucksäcke, Rucksäcke. Warte, ich muss den Rucksack erst wegbringen. Warte. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Und hauen wir bloß nicht aufs Auto. So. Den lege ich mal eben hier hin. Dann muss ich gleich sortieren. Na komm, meine Kleine. Na komm. Komm. Komm mal über den Ding drüber. Bosch da drüber. Komm. So, ist fein. So, den anderen Rucksack auch noch. Echt jetzt. Ich beklage mich nie wieder, dass keine Zombies da sind. Nicht mal es ungestört looten kann man. So. Den mal eben da rein. Dann packe ich den da rein. So. Den da rein. Na. So. Dann packe ich den schon mal eben hier. Wieder zurück. So. Da kommen wir nicht rauf, ne. Das ist wieder. Oder? Doch. Wow. Hier kommt tatsächlich mal auf ein Gebäude rauf. Aber hier gibt es nichts auf dem Dach, gell? Das ist... Das ist... Das ist... Hahaha Echt jetzt? Wie oft stehst du denn noch auf? Boah der Hammer so gruselig Wo sind die alle? Da Na komm mal ran Komm mal hoch Och man Jetzt reicht es aber Bleib mir Sau liegen Schauen wir mal Oh Gott wie sieht es hier aus? Wir hatten hier gewütet Da ist jetzt Rippenhaus So Dann nehmen wir alles mit Dann nehmen wir alles mit So 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 Hallo Hallo Hm Hm Keine Ahnung Der draußen ist oder unter mir Das Waffenteile ne Die würde ich jetzt dem Händler ungerne geben Da bin ich ja ganz ehrlich So Da waren wir drin Ich glaube nicht Da werden wir hier in den Kloser finden Ne Werden immer in den gleichen Räumen die Klamotten sein Ja Jippa Aber da haben wir hier Oh da Am Ort für den Händler Sind wir schon drei Etagen runtergelaufen? Wunderbar 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 Nehmen wir auch mal mit Da sind auch noch bestimmt Bücher drin Sag ich doch So Hier werden wir wieder Waffenteile finden Oder gar nichts Okay letzteres Hoffentlich machen die mir das Auto nicht kaputt Ich will nicht nach Hause laufen Echt jetzt? Gar nichts Ähm Okay Mager, mager Aber wir haben genug Sachen für den Händler Also genug Bücher Die wir dem geben können Sollen wir ihm einmal rumlaufen und den guten da erlösen? Sollen wir ihm einmal rumlaufen und den guten da erlösen? Die sind im Keller Die sind im Keller Im Keller Das sind Kellerkinder Dann müssten wir jetzt in Dietrich looten, um da runter zu kommen, ne? Oder ich kann mir im Vorstand haben wir da Dinge aufhauen Auch eine Machete wäre jetzt ganz nett Die esse ich mal Was haben wir hier überhaupt gelootet? Mh Band 1 Maschinenbau Wo sind wir denn mittlerweile eigentlich hier? Ne Ähm Maschinenbau Band 2 müssten wir haben, okay So wie den jetzt zum Beispiel Ja komm dann, dann können wir den mal eben lesen, oder? Meine Motivation steht ganz oben gerade zum lesen Dann hauen wir den Keller auf und dann gehen wir uns noch mal in den Keller umgucken Aber erst packen wir glaube ich noch den Rucksack aus und nehmen einen anderen Rucksack mit So Da-dam-dam-dam-dam Trinken müssten wir auch noch ein Schlückchen Einen können wir noch Dann können wir ein Schlückchen trinken Tauschen den Rucksack und gehen runter in den Keller So Ähm Ähm, ja das sollte reichen erstmal Einmal hier reingucken, aber hier ist eh nix Was ich jetzt Ja Benzin, okay komm, nehmen wir mit Passt grad noch rein Dann nehmen wir mit Gucken wir da auch noch rein Gucken wir da auch noch rein Was wir reinkriegen kriegen wir rein So 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 Rucksäcke tauschen und runter in den Keller würde ich sagen Ähm Dann nehm ich Das neuner Das sind einer noch, ne So So Das muss man aufpassen, das weiß ich gleich wieder nicht mehr Welchen ich voll gemacht habe und welchen nicht Gut liebe Leute Dann würde ich sagen Nächste Folge Keller Und Dann zurück zum Händler lernen Und dann aber auch 27 Ab zur Base Zackig Und dann machen wir uns Tag 28 Eichenflut Und dann gehe ich farm Und dann bauen wir die Base erstmal weiter Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag Schönen Abend und einen schönen guten Morgen Je nachdem wann ihr die Folge gesehen habt Bleibt mir gesund und gewogen Euer Dexter Bye Bye